Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft LPT und mit dabei und vor mir stehend ist der Maddin. Servus. Der Sponti. Moin. Die Chirashu. Hallo. Und der Faustus zockt. Hallöchen. Ja, der Sponti ist wieder zurück. Es hat sich ein bisschen was getan. Die Chira hatte eine Brücke gebaut in Richtung Faustus. Zeige ich mir alle mal. Die ist aber noch nicht fertig. Ja, ich will doch extrem in meinen Keller locken. Ach so. Ja, Chira, das musst du ja verstehen. Genau, ich brauche nämlich Setzlinge von dir. Ja, komm in meinen Keller. Komm in meinen Keller. Da ist auch einer von mir dabei. Ja, die Chira hat auch was dazu getragen. Äh, hier. Da. So, warte mal kurz. Sieben Stück. Eins, zwei, drei. Danke. Wie hast du das gemacht, dass du da so ein Bild von hast? Äh, das sind Rahmen. Die kannst du mit, ich glaube, acht Stickys außenrum und ein Leder in der Mitte. Okay. Das sieht ja cool aus. Kannst du die craften, dann kannst du da, äh, warte, hier ist noch einer, genau. Kannst du dann dir das Zeug einfach mit dem Rechtsklick reinlegen. Das ist ja cool. Da weiß ich halt immer, wo was drin ist. Wäre ich vielleicht auch mal so umsetzen. Aber zunächst einmal den Gehweg weiterbauen. Nächstes Mal wieder was zu essen finden, weil... Ach, ich kann ja mein ganzes Getreide abbauen, genau. Ähm, die Hölle ist ja... die ist ja funktionsfähig, ne? Ja, wäre doch gerne mal reingegangen. Ja, weil ich... Oh, da wollen wir jetzt in den Leder gehen, alle. Ich benutze mal kurz hier dein, dein Workbench. Du kannst auch gerne auf die Toilette gehen, aber... Nee, das... das muss ich nicht. Ach, jetzt fällt mir gar nicht... Danke, mir ist eingebautet. Waaah, ich raste hier komplett aus. Weiß ich endlich, was ich haben... was ich machen wollte. Ach, das geht nicht. Ja, toll. Oh, da leid. Ich glaube, ich wollte mir Glowstone holen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, genau. Deswegen, glaube ich, wollte ich auch in den Neta. Und das Ganze wollte ich dann auch mit Redstone und allem drumendran vernetzen. Ah, ist der Zombie hier. Ja, das ist eine gute Frage. Was macht der wohl da? Ich glaube, der wollte mich essen. Ja, ist aber unverständlich, weil... Brains? Spondy, du bist so still. Was machst du? Ich bin höchst konzentriert. Ich habe Angst, wenn du so still bist. Mit dem Fischleisch. Denkst du, ich hack denn was aus? Immer. Ja, das kann sein. Ich würde einfach sagen, lass Spondy schlachten. Oh. Gute Idee. Da kriegt Shira schon allein an den Gedankenschmerzen. Nein. Da hat die Shira erst allein den Gedanken voll Lust drauf bekommen. Ja, auf Fleisch. Auf Spondy-Fleisch. Oh, Maddin hat Post bekommen. Ach, nö. Schon wieder. Da muss ich ja wieder den Postboden verklagen. Ja, würde ich auch tun. So, wo ist denn da ein Neta-Portal hier? Da. Irgendwo hinter der Scheune. Scheune? Was für eine Scheune? Ach, da. Das heißt doch, Scheune. Ja, egal. Ich bin mal im Neta. Ich komme mal mit. Aber ich brauche jetzt noch nicht. Wach mal, ne? Also, ich brauche noch ein Schwert. Eine Axt brauche ich definitiv nicht. Ähm. Ja, was nehmen wir, wenn du starrst. Ja, die greifen dich ja nicht an, wenn du sie nicht angreifst. Nee. Komm, greifst du an. Versuch's mal. Ja, hier sind... Klar, was ist das viel? Aber es sind schon ein paar. So. Scheiße, ich hätte mir was mitnehmen sollen zum Hochbauen, oder? Jo, ne? Oh, das ist jetzt natürlich Schorde, nee. Boah, hätte ich doch Holz... Ach, das Licht unten finden. Och. Ja, mein Keller. Ja, ich müsste mal alles von oben nach unten irgendwie tragen. Da ist auch kein Holz, verdammt. Sowas aber auch. Weißt du, die halbe Fassade, die ganze Fassade, besteht aus Holz. Aber ich finde kein Holz hier unten. Oh. Ach, da ist Holz. Ich brauche, ähm... Erde. 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 Erde wird schwierig. Ja, dass es bei Minecraft eine seltene Tens Mineralien, die es gibt. Ey, du, ich habe halt echt keine Erde. Das ist... Kann mir Erde geben. Ich habe gerade zufälligerweise drei, vier, vierundsechziger Stacks dabei. Schmeiße, ich rief Kasten. Stimmt. Oh, jetzt... Oh, yeah. Glück auf. Ey, der hat mir ein Sticky gegeben. So, reichen 52, äh, Glons und Staub. Ich habe schon gesehen, das läuft langsam hier in die Kiste rein, wenn das... Wo ist er? Ach, da hinten ist er wieder. Danke dir. Bitte. Ja, das läuft bei mir langsam, aber sicher in die Kiste rein. Oh, lecko, Mio. Wie viel hast du mir da gegeben? Du brauchst es Erde. Ja, es ist Erde. Shira, du brauchst Cobblestone. Ähm, nö. Nicht? Okay, dann nicht. Alles gut. Würde ich das mal unten in meiner Brennanlage brennen. Klingt gut, ja. Ich brauche Steinziegel, ja. Ja, gut, das kann... Also wie gesagt, unten in meinem Keller brennt gerade ein bisschen was für dich. Oh, wie nett. Also, Holz, ne? Holz? Ja, Holz brennt. Holz brennt und der Stein wird geschmolzen. Achso. Denkst du denn? Oh, wir brauchen ein paar Wegweiser hier. Ey, ups. Also, ab in die Hölle. Hab ich gemerkt. Ich war schon. Ja, ich gehe schon. Ich war schon, ich gehe schon. Ja, ich habe mir jetzt... Ich hoffe, damit komme ich klar mit den 52 Gold-Staub. Los, Stutt-Staub. Oh, da gibt es Quarz. Da gibt es Quarz, ja. Ja, habe ich auch ein paar mitgenommen. Ich brauche definitiv eine Verzauberung. Da muss ich immer wieder an Dragon Age denken. An den einen, der immer sagt Verzauberung? Verzauberung? Ey, warte mal, warte mal, wer ist das denn da in meiner Bude? Hallo? Ich muss so wieder deine Workbench benutzen. Also ist quasi wie die öffentliche Toilette hier, deine Workbench. Ja, also ist klar. Also da kommt es jetzt demnächst eine Eisentür rein und dann, äh... Dann nur noch mit Passwort gesichert und allem drum und dran. Soll jetzt eben. Gibt es auch. Ja, dafür gibt es Plug-ins. Wieso Plug-ins? Das geht auch in Vanilla Minecraft. Ja, mit irgendwelchen Kommandos, die normalen User da gar nicht benutzen können, oder? Nein, Red-Sound-Schaltung. Ah, okay. Ganz kompliziert. Denkst du, was, äh, wer deswegen nicht mehr bald in mein Haus reinkommen kann? Die Shira, genau. Was? Ja, du wirst ausgesperrt, Shira. Ich bin jetzt auch nicht in deinem Haus. Ja, ja, ja. Wirklich? Das sagt jeder... Oh, da ist ein Geist, da ist ein Geist. So, die Gehwege sind eigentlich, denke ich mal, soweit fertig. Man konnte doch mal diese Feuerkugeln zurückschlagen, oder? Ah, es geht, ja. Ja. Okay. Nein, ich bin aber zu blöd dafür. Ja. Mein Bogen liegt zu Hause, natürlich. Bogen hab ich gar nicht. Natürlich zurückfliegt, aber trotzdem mich trifft. Natürlich. Hey, da um ist Closed on. Noch ein bisschen Licht hier. Ach, ich weiß nicht, ich finde die Hütte scheiße, die ich gebaut habe. Der Fuchs hat das Spiel betreten. Okay. Das ist doch so üblich. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nur mit Wirtschaftskraft. Ankündigung. Okay. Kann man das machen. Deswegen brauchen wir wieder eine Whitelist. Kann man machen. Ähm, ja. So, das war der kurze Gastauftritt. Der Special Gast. Die nächsten 20 Folgen seht ihr keinen mehr hier auf dem Server. Einer wollte eigentlich auch kommen, aber irgendwie... Der Fuchs. Will er nicht. Der muss wieder Gänsestehen gehen. Der ist nicht lustig. Der ist. Ach. Aber Alltag. Oh, ein Creeper hier, eine Mine. Was machst du denn hier, Kleiner? Levelkuschel. So, den hab ich auch gehört. Oh. Brauchen wir nur ein Dach. Irgendwas. Flachdach. Äh, ja. Oder? Ah, da ist Feuer. Hier in der Hölle Feuer an. Gefährlich. Denke ich mach ein Flachdach. Mach mal. Tun sie dies. Tun sie dies, tun sie das. Endlich komm ich zu meinem Closed Zone. Stein gefarmt und jetzt geht's wieder ab. Gehwege bauen. Yay. Deine Mine ist gefährlich nah an meinen Keller. Was? Äh, äh. Äh. Ne, ich würd sagen, dein Keller ist irgendwie gefährlich nah an der Mine. Nee, das kann nicht sein. Kommt drauf an, was zuerst da war. Gedanklich mein Keller. Ach, wir haben hier schon einen größeren Garten. Oder was ist das hier? Das seh ich hier jetzt auch zum ersten Mal. Was ist denn das? Ist das eine Mine? Mit einem Garten? Hinten dran? Ist das von dir, Martin? Was wo? Wie Garten hinten dran? Hinter deinem Haus. Oder quasi rechts hinter deinem Haus. Da ist so ein großer Garten. In deinem Haus. Da ist doch kein Garten. Und irgendwie sowas wie eine Mine. Ach ja, das ist meine Mine und das ist, äh, mein Feld. Ach so. Also könnt ihr euch gerne bedienen, wenn ihr wollt. Gibt's Getreide umsonst. Nur halt immer nachpflanzen, ne? Also wie... Hätte ich sowieso gemacht, aber... Ja, ich war's. Wie immer nachpflanzen, ne, mach ich nicht. Will ja mal die Nubi nennen und verdienen. Ja, richtig. Das ist so Merchandising. Mhm. Oh, Shira, das ist aber schwierig jetzt mit der Brücke. Einen Gehweg dahin zu machen. Muss mein Haus reichen. Weil das ist schwierig. Ach so. Ja, Madins Haus kann weg. Ja, genau. Genau, das ist das Haus von Madin. Ruf schon mal die Abgriffsfirma an. Das ist die schnellere und einfache Variante. Die einfache Variante. Ja gut, also es war schön mit euch LPT zu machen, ne? Ja, fand ich auch. Ja. So, jetzt geht er... Äh... Ich brauche Essen. Hat jemand Essen für mich? Ja, ich hab nur Fleisch, aber das isst du ja nicht. Also von daher nein. Es ist eine neue Aufnahme. Ah ja. Halt, stopp. Ist sie zu den Vegetariern gewechselt? Danke. Ah guck, da nimmt sie direkt alles und stopft es in sich rein. Ja, ich hab zu tun, ja. So schnell kann's gehen. Ja, so 30 Fleisch, teilst ihr ein. Nur so wenig? Oh shit, ich glaub, das hätt ich nicht machen sollen. Was hättest du das noch nicht machen sollen? Äh, die Schweine angreifen. Ja, greifen die zurück an? Ach so, die Schweine meinst du? Die Schweine, ja. Die richtigen Schweine. Oh nein, 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 ich komm nicht mehr zum Portal. Ja, danke. Zombie Pigman. Er hat Zombie Pigman. Äh, super. Ähm, wie macht man... ...äh, eine Mauer? Aus Stein? Äh, die untersten beiden Reihenfolge, glaub ich, war das. Ja. Genau. Ah, okay. Also, dann mal schnell eine neue Rüstung machen. Da lässt der Marlin sich einfach fehlen von dem Schwein. Äh, das waren 30 Stück. Ja. Da kann ich immer diese Pfeißen aussehen. Ah, ne. Also, ich brauch Essen. Nee, ich brauch kein Essen. Ich geh einfach zu hoch an. Ich brauch ein Stück noch. Ach, ich hab ja einen bekommen oben. Da ist er doch. Eins, zwei, drei, ein Schwert. Zu den Waffen. Zu den Waffen, ich greife an. War die jetzt wieder so gewalttätig wie immer? Kennt man nicht anders? Ja, nee, vielleicht. Sonst ist das eher Shiras Part, aber auch wie... Eben. Aber Shiras gibt immer so viele Tiere, deswegen kommt das nicht mehr so. Ja, die Population ist ausgerottet hier in dieser Gegend. Also, ich sehe hier keine Schafe, ne? Und keine Kühe oder sonst was. Also, es ist sehr verdächtig, Shirer. Die verstecken sich. Die haben von Shirer gehört. Ja, sie haben gehört. Richtig. Dass sie sich hier angesiedelt hat, ne? Ja. Das ist gefährlich. Immer gefährlich. Das NPC-Dorf hinter der Brücke ist auch schon leer. Alle haben den überlassen. Ich glaub, Shirer hat die abgeschlachtet damals. Oh, Hilfe. Leute, das war vielleicht ne dumme Idee, dass ich hier reingehe. Alleine. Stimmt. Würde ich... Warum machst du denn sowas? Kann ich nur zustimmen. Aber ich werde hier überleben oder sterben. Ja, das musst du wohl oder übel, denn... Ja, es ist mal wieder soweit. Wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge vom Minecraft-LPD. Nein, mein Keller ist noch nicht fertig. Ja, das Gras ist leider auch noch nicht fertig. Aber wie es weitergehen wird, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Aber wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst uns doch gerne den Daumen nach oben da. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und schaut bei den anderen rein. Link in der Beschreibung. Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss. Servus.